Leute, soo... Okay... Wir leben da in die Halle, wir haben doch Terra-Pollard! Yo! Der sieht cool aus! Ich wusste gar nicht, dass der erstmal eine Pollard hat. Na, dachte ich... Hi! Na, wie geht's dir so, Sophie? Und was musst du mir denn erzählen? Was gibt's? Ey, der Frosch ist da! Hi! Was geht, Frosch? Alles klar bei dir! Das hört sich doch cool an! Ich mach mal hier... Wir wollen ja bestimmt ein bisschen Musik hören, glaube ich, oder? Soll ich Musik über die Boxern machen? Ich glaube, das ist egal, oder? Aber... Oh... Hi Milo! Mach ich mal hier live... Hat sich gestern bestätigt in Wobbly live? Oh ja, okay... Ja gut, das mag halt Buggy, ne? Er liebt das Spiel... So... Okay... Wie geht's euch denn sonst so? Alles klar bei euch! Sess, hast du an der Tür hängen geblieben? Geil! Ja, ich muss mir mal die Videos an... ...anschauen irgendwann... Junge, Junge... Kopfkino? Ja, das glaub ich dir! Das ist da, dein Kopfkino entsteht! So... Okay... Hey, Zero! Alles klar soweit bei dir? Es tut mir auf jeden Fall leid, dass ich in letzter Zeit nicht so oft zum Streamen komme... Es tut mir so leid... Aber... In letzter Zeit... Äh... Weiß ich nicht... Ich hab... ...richt viel zu tun und... ...da tut's mir wirklich leid, dass ich so... ...selten zum Streamen komme... ...spielst du eigentlich... ...spielst du eigentlich Brawl Stars? Leider nein! Aber Clash of Clans... Äh... Clash Royale und Clash of Clans... ...aber beide halt nicht jetzt aktuell so richtig am suchten... ...das muss ich aber mal wieder... Hi Fabio! Was geht so? Mein Kopf so... Äh... Buggy und Demons... ...in einem Bett? Hehehehe... Ja, okay... Hm... Es ist auf jeden Fall Kopfkino, ne? Hehehehe... Okay... Ja... Ja gut... Was... ...ich gesehen hab... Man kann ja... Ähm... Clash of Clans auch auf dem PC spielen, oder? Habe ich so das Gefühl... Oder ich hab das zum... Äh... ...oder Clash Royale auf dem PC spielen... Wenn ihr da mal Bock drauf hättet... ...das könnten wir mal machen... Hm... Hm... Okay, dann würde ich sagen... Jetzt hab wir ne Runde... Ich mach noch ein bisschen Musik an... ...und dann chillen wir zusammen ein bisschen... Wir können... Wenn ihr Bock habt, können wir ein bisschen quatschen zusammen... ...oder wir zocken nebenbei und quatschen... ...wie ihr möchtet... Ich würd auch sagen... Wir machen heute ein bisschen Chill-Stream... Äh... Und zwar... Was nehmen wir? Ja komm... Hör mal ein bisschen Chill-Musik... Äh... Hier... Game Station... ...NFL sollte am Start sein... ...sollte funktionieren... Ich hör zwar... Ah... Hi Tobi... Was geht ab? War alles klar bei dir? Äh... Aber ich hatte mir... Ähm... Ähm... Aktiv... Äh... Über Ausrufezeichen Punkte Zero... Dann... Ähm... Siehst du die Punkte... Ey... Was ist los? Ah... Okay... Genau... Ähm... Wer hat Bock mit zu zocken? Interesse? Hi 2 Fucklick! Hi Doc! Wie geht's dir so? Hm... Ja gerne dann... Auf was wollen wir spielen? King! Was geht ab? Alles klar... Wie kann man am besten Kopfkino wegbekommen? Ähm... Hm... Am besten... Irgendwas anderes Cooles sehen... Oder... Schauen... Oder wie auch immer... Vielleicht kann das dadurch... Dann... Geht das dadurch weg... Ich bin auf jeden Fall froh... Dass ihr wieder so zahlreich am Start seid... Vielen, vielen Dank... Ähm... Worauf wollen wir zocken? Hat jemand einen coolen Server... Den ihr... Ähm... Empfehlen würdet? Oder wir spielen wieder auf Advanced... Oder... Keine Ahnung... Auf was... Habt ihr einen? Hi Pixel... Sehr gerne... Können wir auf Hi Pixel spielen... Ja... Advanced Just... Okay... Fabio... Ich würd sagen... Spielen wir erstmal auf Hi Pixel... Survival Server... Wenn jemand hat... Hat jemand? Ähm... IP... Ja... Gerne... Ähm... Ich muss nochmal kurz gucken... Ganz gut... Abgesehen davon... Dass wir heute... Äh... Oh... Mist... Das ist doch mies... Tobi... Vielen, vielen Dank... Vielen, vielen Dank... Ah... Doc... Das tut mir wirklich leid... Vielleicht... Wenn jemand von euch einen Server hat... Können wir auch gerne mal da drauf zocken... Hi Tim... Äh... Place Event... Ja gut... Einer kann halt da nicht mitspielen... Das wäre ein bisschen schade... Aber ich würd sagen... Spielen wir zusammen auf Hypixel... Hm... Was King... Äh... Ähm... Und zwei Bible Server... Gerne Zero... Wenn... Wenn du deinen Server zur Verfügung spielen möchtest... Können wir auch dann da drauf spielen... Serveradresse reinschreiben... Oh... Okay... Ist aber trotzdem mies... Ne... Eigene Server... Ich... Noch nicht... Noch nicht... Ich würd sagen... So ab 1000... Dann können wir gerne mal zusammen... Einen eigenen Server erstellen... Hm... Ein bisschen unbenannt... Ja... Du hast wieder so ein bisschen deinen alten Namen dazu genommen... Sophie... Gern... Hm... Stimmt... Das könnte ich eigentlich schon mal dazu machen... Ich teile bei euch erstmal den Link... Zum Server... Und dann... Könnt ihr gerne... Joinen... Erstes Video gemacht... Oh... Nice King... Sehr nice... Aber... Hast du dabei? Mhm... Ja... Auf jeden Fall... Gerne... Achso... Wenn ihr wollt... Lasst gerne noch ein paar Likes da... Wisst ja... Jeder Like... Ähm... Bringt irgendwie den Stream voran... Obwohl ich in letzter Zeit denke... Ich hatte ja... Ich hatte richtig viel Watchtime jetzt... Ich war kurz vor 4... Kurz vor 3000... Watchtime aber irgendwie... Ähm... Hi... Fabio... Ähm... Wird die Watchtime mir abgezogen von YouTube? Weder war ich zu wenig Stream oder so... Ich hab keine Ahnung... Malerweise... Wenn man das doch so sieht... Ist doch eigentlich... Ähm... Oder? Was halt echt schade ist... Ohne die Watchtime... Kann ich auch noch so viel haben... An... Ähm... Aufrufen und so weiter... Wiss ich bin unsichtbar für dich? Hä? Sehr gerne Tim... Sehr gerne... Das ist voll schade... Sie mir die Watchtime abziehen... Das schade... Das blöde halt da drin ist... Ohne die Watchtime... Da kann ich auch... Sagen wir mal... Die 1000 Abonnenten knacken... Und sonst bringt mir da nichts... Weg wegen Buggy und Demons... Ich bin zum Geist geworden... Aber warum? Ich kann mich halt... Nicht sehen... Warte mal... Muss ich nochmal neu verwenden vielleicht... Kamina ärgern? Wie du gehst Kamina ärgern? Und wo? Tobi! Wie? Die regeln das? Stimmt... Könnte ich eigentlich machen... Aber warum? Warum ist denn das so? Weiß das jemand von euch? Mh 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 mh... Ah du telefonierst mit ihr? Cool... Wer hat jetzt gefurzt hier? Tobi war's... Der hat den Chat voll gestinkert... Du! Du warst auch Zero... Alter... Was zum... Henker! Du kannst mich einladen Fabio... Wer will noch mitspielen? Ja... Gomme... Da kann halt dann Zero nicht spielen... Ja... Ist halt schade... Äh... Einfach auf Hypixel gehen... Dann kann man ja... Kommt man besser als Hypixel? Ja... Aber ich glaube... Da ist nicht mehr so viel los... Habe ich so das Gefühl... Ab und zu... Na tschüss Tobi... Der wurde gebannt... Der wurde gebannt auf Hypixel... Ja... Zero... Wenn du deinen ähm... Server zur Verfügung stellen möchtest... Gerne... Dann können wir auch gerne da drauf spielen... Müsstest mir halt... Ähm... Über Discord da deinen Server... Äh... IP sagen... Da können wir gerne... Ähm... Da kann ja jeder drauf kommen... Und wir tun zusammen uns so eine eigene Farmbild aufbauen... Hi Semi! Oder? Bock? Bist du jetzt auch auf Discord? Äh... Voll nice! Ja... In der Zeit... Wenn du ähm... Joinst... Zero... Würde ich sagen... Kann man ja nur eine Runde zocken... Ein Song? King macht einen Song? Jetzt los... Bewegte Bilder hier... In Discord geschrieben? Warte, warte... Zweifelklick, warte... Ein bisschen erst mal... Muss ich schauen... Hm 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 hm... Ja... Ja... Okay... Dann... Teile ich mit euch den Server... Und wir können da zusammen dann drauf gehen... Und dann bauen wir ein bisschen mit Zero zusammen... Ich stehe in deinem ähm... Zero... 8... X... K... E... S... Punkt... Me... Okay... Danke dir Zero... Vielen Dank... Aber kein netter Song... Oh... Na dann... Kopiere ich das grad hier noch... Ah... Und Freunde... Es ist die 1.20.2... Also die braucht ihr... Genau, genau... 1.20... Ich hab die auch glaube ich sogar noch drin... Ähm... Also ich... Wäre mal... Die... Die... Ich pin die mal an... Die können hier drauf kommen... So... Fertig... Muss das hier unten irgendwo sein... Zero ist dein ähm... Server on... Kann nicht hergestellt werden... Warum? Dein Server ist on... Oder noch ne... Ja... Hä... Warte mal... Achso... Daran liegt's... Okay... Ich ändere grad die Version... Hm... 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 Haha... Was? Ah... Ist die Musik im Hintergrund in Ordnung... Oder wollt ihr was anderes hören? Hm... 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 Warte mal... Da... Da... Schade... Hm... Hm... Jetzt kommt die Rache... Oh... 1.20.2 eine kleine vorwarnung ja gerne was geht bei euch wieder ab was gibt es wieder erzähl mir die nein ich habe das falsch ausgewählt kann doch nicht sein ah ok was ein Glück sorry dass das jetzt gerade zu lange dauert vergessen zu nehmen kein Problem Sophie alles gut auch schlimm ist das nicht ah da irgendwas war da doch irgendwas war da ich würde mich sehr freuen wenn du das machen möchtest hat er das F-Spiel bekommen kein Problem das war halt schlimm Sophie wenn du möchtest sehr gerne ich würde mich freuen welche Version das ist die 1.20.2 zweifachklick endlich normal wieder das ist früher der alte achso was ist das für ein Bild von Simi warum komme ich jetzt da nicht rein noch mal aber es geht nicht atm los durch die nacht hey habe ich da irgendetwas falsch ach ja hier ja doof wenn man nicht abschreiten kann wenn man nicht abschreiben kann tut mir leid tut mir leid ah jawoll hey jawoll was geht ab oh sorry 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 tschuldigung tschuldigung seiwort meine herr hallo achtung adhs fübel unterwegs ja lol oh der leckert dankeschön vielen dank hihihi 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 Nein, Arias. Klingt übelst, ehrlich? Da. Wo ist er denn? Oh. Äh, Hilfe! Ich gehe jetzt nach unten. Hm, hm, hm. Da, da. Echt? Oh, doch. Ich würde euch gerne schon mal irgendwann mal kennenlernen. Vielleicht geht das ja irgendwann mal, dass man so einen, ähm, Abonnenten betreffen oder sowas hat. Irgendwann mal. Das wäre bestimmt cool. Hey, Wouter! Ah, ja, mir geht's gut. Wie geht's dir denn so? Es tut mir voll leid. Also, das muss ich nochmal erwähnen. Es tut mir ultra leid, dass ich in letzter Zeit nicht so off-streamen kann. Ähm, aber ich versuche mich auf jeden Fall da zu bessern. Dass da mal wieder öfters was geht. Alle rausgehen? Hä? Wieso? Ja, klar, Wouter. Gerne, gerne. Komm, spiel mit. Der wird uns zur Verfügung gestellt, der, äh, Server. Im guten Zero. Guck mal da, ähm, oben steht der, ähm, Link. Und Version musst du halt umstellen auf 1.20.2, ne? Und dann kannst du gerne dazukommen. Nein, was soll das sein? Schon sein? Ich, tatsächlich, ich hab mit meiner Mutter mal so ein Dalli-Dalli-Dingsbums da gemacht. Hi, Tim! Wie geht's dir so? Mein ADHS. Und Freunde, vielen, vielen Dank für die 12 Likes. Dankeschön. Tim, unten hast du's gepackt. Nein, nicht doch. Das kann doch nicht sein. Viel, vielen Dank für die 14 Likes. Dankeschön. Gut, mir geht's auch sehr gut. Ich war am, am Wochenende, Tim. Ich weiß nicht, ob du's gesehen hast. Ich denk mal, du hast richtig viele Abonnenten, also, schon so, äh, YouTuber abonniert. Oh. Warum legen die sie jetzt hin? Lieft? Warum? Hä, wie soll liefen? Ähm. Ja, 13k, wow. Übel, übel, übel. Ähm, ja. Ich war ja am Wochenende, war ich auf so einer Rennstrecke. War schon mega geil. Also, äh, wenn ihr mal dort die Videos verfolgt habt, das hat was. Ich weiß zwar nicht, was er machen möchte. Äh, was? Achso, wie meinst du überspringen? Achso, ich hab kein Bett. Vielen, vielen Dank, Vauta. Vielen, vielen Dank. Wir brauchen ein Bett. Warte mal. Vauta, wie fandest du das letzte, ähm, die letzten, äh, Short-Videos? Wir brauchen ein Bett. Au, Altraumcat ist wieder da. Catnap, hi. Echt gut. Ja, war auch echt geil, muss man sagen. Hat Spaß gemacht. Allen Zwängen fliehen. Man muss sich mal vorstellen, diese, diese Rennautos, über mit was sie für, ähm, Geschwindigkeit, über die so eine Rennstrecke fahren. Das ist schon sehr geil. Au, geil. Ähm. Stumble Guy streamen. Äh, kann ich machen, aber wenn dann über meinen anderen Account. Sehr gerne dann, ja. Kann man machen. Schon wieder geschlossen. Och, nö. Mach mir... Hm? Hm, hm, hm. Toilet schauen. Ja, ich kenne, ich kenne das tatsächlich, aber... Das Problem ist, bei dem gibt es so viel Copyright-Musik, will ich ungern riskieren. Aber ich kenne, ich kenne, äh, es gibt die Toilet. Ähm. Ah, danke. Ich habe zwei jetzt. Hm? Der hat... Du hast einen Pfeil im Kopf. Ähm, ja, das ist so... Das Blöde da dran. Brauchst du dein Haus? Ja, wir können zusammen eins bauen. Äh. Hm. Der Charakter ist Titan Speaker Man. Eigentlich die ganze Raste von den Speaker Man. Ja, ich muss sagen, die sehen alle sehr geil aus. Ähm, bei Roblox wurde das sehr gut dargestellt, wie die aussehen. Hat was. Hier? Am Wasser? Ja, wieso nicht? Kann man machen. Dann baue ich hier das Holz ab. Hm, hm, hm. Und viel, vielen Dank für die 15 Likes. Dankeschön, Freunde. Dankeschön. Wart ihr schon mal mit euren Eltern auf irgendeiner Rennstrecke? Oder würde euch sowas interessieren? Oh, geil. Labersee. Nee. Oh, ich hab mir das auch mal damals... Also, was heißt damals? Letztes Jahr? Hab ich mir auch gedacht, nö, das ist nicht so geil. Aber man muss sagen, so, ähm, wenn, ja, keine Ahnung, Rennautos mit über 300 PS, ähm, über so eine Rennstrecke fahren, das ist schon anders cool. In der nächsten Folge, okay. Nee, wusste ich nicht. Tatsächlich? Nein. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, wie geruch willst du das machen? Komm, mach mir noch ein Stück höher. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Aber wie, wie kam es eigentlich dazu? Ähm. Oh, ein Minenschacht. Ähm. Klar kannst du mich ja noch was fragen. Jeder kann mich was fragen. Wie ihr möchtet. Könnt mich versuchen, alles zu fragen. Ah, Mist. Tatsächlich, ich wusste es noch nicht mal, dass es da so einen Hype dazu gibt, tatsächlich. Ähm, tatsächlich habe ich auch gar nicht so damit, ähm, ja, so das, ähm, gesehen, dass es da überhaupt so etwas gibt. Aber eigentlich nein, da hatte ich es noch nie auf dem Schirm gehabt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen rausziehen. Ups. Ähm, ja. Ein IP-Server, oh, das ist nice. Ja, so ein Roleplay-Server ist auch cool, aber, ähm, dann natürlich dann auch irgendwas zu finden, was man, wo man Roleplay machen kann, ne, ist auch so eine Sache. Eine Folge aus Shorts gemacht, aha. Ja, aber wie, wie, ich wüsste halt gerne mal, wie es dazu kam, ähm, dass das so ein Hype kommt, kam. Ach, unser, ah, Spiel. Mhm. Oh. Oh. Hm, hm, hm. Ja. Vielleicht aber hier, das hier würde ich wegmachen. Oder? Was ist Screenfail für ein Spiel? Was geht's da? Mhm. Über Roblox, ja. Ich hatte mal auf Roblox, ich weiß nicht, ob du das schon mal gespielt hast, so ein Art Tower Defense Spiel gezockt. Das war schon sehr cool. War auch mit von Skibbiddy Toilet, aber von oben halt gespielt. Ja, genau, genau, genau. Warte, genau das. Mhm. Ja, eigentlich schon. Ja, gut, man könnte das vielleicht nochmal umändern. Ups. Mh. Hm. Dann können wir hier, würde ich sagen, machen wir... Fenster rein. Hm, was denn? Hm, NFL. Hä, wieso kommt das nicht? Ah, da ist es doch. Hm, 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 hm. Oh. Obwohl, hm, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, wäre vielleicht doch besser, wenn es drin ist, oder? Oder wir machen das hier raus. Hm, hm. Und könnten vielleicht ein Stück höher setzen. So vielleicht. Aber dann ist es da hinten nicht gleichmäßig, oder? Oder wir müssen ein Söya bauen. Dann machen wir hier eine Treppe rein, dass sie runterlaufen. Die Fähren sind noch acht Tage. Oh, du hast es gut. Hast du es gut? Ja, wir gucken mit so einem Holz. Oder eher nicht. Perfekt. Ja, das glaube ich dir. Ja, mhm. Oder so, ja. Das ist auch gut. Dann brauchen wir hier noch. Ähm. Müsst ihr, glaube ich, gesehen haben. Noch Ferien, oder noch? Dann muss ich wieder in die Hölle. Oh, ja. Alles, glaube ich dir. Hey, aber, ähm, so viel hat sich das alles jetzt gebessert, oder ist es immer noch so schlimm? Also, ich muss sagen, ich finde den Speaker-Man eigentlich ganz geil. Wie der, ähm. Ja, um was geht's bei Greenville? Was ist das für ein Game? Spielt man das über, ähm, PC, oder so? Ja, aber F3 geht bei mir nicht. F3 geht leider nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ah, ob ist das bei mir nicht hinterlegt hier? Hm, 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 hm. Pastenbelegung. Ah, Roblox. Hm. Alles wieder gut? Oh, das freut mich doch. Hm, genau, genau, Bautha. Genau, 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 genau. Hm, Auto rumfahren. Hm, hm. Spiel da hervorschirren. Fortschritt, Tab, Chat. Aber gut, aber, hey, aber das ist gut, dass ich das wenigstens bei dir wieder gebessert habe. Hä, das hätte ja auch anders sein können, ne? Oh, lecker, Rota. Guten Hunger. Schleichen rückwärts, links, rechts, voraus. Hm. 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 Ah, hier mal Schnellzugriff. Aber warum kann ich das nicht? Befehlzeile. Wo kann ich denn da die Koordinaten hin machen? Kamera behalten. Ah, F5 ist das. Warte mal, das muss ich mal schauen. Ich suche eigentlich, was eigentlich bei mir hinterlegt ist. Koordinaten, aber. Irgendwie ist das doch nicht bei meiner Tastatur hinterlegt. Hm. Ich muss dich mal da drum kümmern. Noch warm ankommen. Wie jetzt? Du hast dir eine Pizza bestellt. Oh, Mann. Hans, ne Fliegen. Wow, das wär cool. Das wär natürlich sehr, sehr geil. Wollen wir sich vorstellen, ne? Ist ja schon cool. Dein Spiel ist abgestürzt. Hoffentlich kannst du gleich wieder reinkommen. Ah, da ist er. Hm, hm, hm. Und Sio, du nochmal vielen, vielen Dank, dass du den Server zur Verfügung stellst. Dankeschön. Oh ja, kenn ich. Kenn ich, kenn ich sehr. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm. Hacke, Spitze, hoch das Bein. Hatte ich dir auch gleich schlafen? Äh, nee, ich würd, ähm, das tatsächlich auf einem anderen Kanal machen. Oh, einer kann nicht schlafen. Hm, Sio, kannst du vielleicht eben die Koordinaten sagen? Ich hab hier noch ein Bett. Also, Wouter, wenn du willst, ähm, geh gerne mal auf meinem anderen Kanal, dann können wir mal die Tage vielleicht da auch mal Roblox wieder zocken. Obwohl ich glaub, so viel möchte eher, dass das andere Spiel eigentlich fertig gemacht wird. Okay, das ist komisch. Aber ich kann's da da auch nicht einsehen. Ich kann die Koordinaten nicht einblenden. Ich hab Hunger. Ja, boah, ich hab auch noch Hunger. Müssten wir vielleicht auch nochmal was machen. Hm, er ist halt so weit weggegangen. Ich kann die nicht einblenden. Nein, das musst du nicht. Alles gut. Ess ruhig. Guten Hunger, Wouter. Was hast du dir für eine Pizza bestellt? Nein, musst du nicht. Alles gut. Was hast du dir für eine Pizza bestellt? Erzähl mal. Und was ist so dein Lieblingspizza? Ach so, hä, warte mal. Ach stimmt, ja, okay. Mach mal mit deinem anderen Account. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ah, hey, warte, alles gut. Ähm, Thunfisch ist sehr cool. Gibt das das nicht? Hm. Das ist mein Rätsel. Oh, Luca, hallo. Ananas auf Pizza. Aber ich finde, eigentlich ist das gar mal so eine schlechte Kommi. Ja, es gibt Leute, die sagen, Ananas auf Pizza, total schlimm. Aber ich finde es eigentlich gar mal so verkehrt. Das ist eine sehr, sehr fruchtige Pizza. Man muss ja nicht immer bei den alten Sachen bleiben. So mal rum, mal kennen und so. Hm, ja, ich kann gerne morgen in den Chat reinkommen. Oh mein Gott, deabonniert. Was? Niemals. Niemals. Aber hat von euch mal jemand eine Spinatpizza gegessen? Oder liebt von euch jemand eine Diablo-Pizza mit, keine Ahnung, mit Chili-Schoto und so? Und, ähm, Peperoni-Wurst. Das ist auch eine sehr gute Kombi. Weiß ich. Aber die Kombination ist echt geil. Nee, sorry. Ah. Ja, finde ich nämlich auch. Und, ähm, man muss sagen, mit extra viel Knoblauch. Uh, sehr cool. Ja, definitiv. Definitiv. Sehe ich auch so. Das gehört mit dazu. Das gehört definitiv dazu. Ja, Diablo. Ja, deswegen ist die so, so böse, diese Pizza. Hi, Mitspielmöglichkeit. Ja, Matiente, ja. Kannst du, kannst du. Guck mal, ich, äh, wir haben da den Link da oben eingeblendet. Ähm. Und. Kannst du gerne mitspielen. Aber du musst, Matiente, 1.20.2 eingeben. Als, ähm. Oh. Oh, geil. Alter, wie schnell hast du schon Dias gefunden. Dankeschön. Hm, alles gut, alles gut. Sehr gerne. Alter, was mir passiert. Oh, Mann. Oh, Mann. Na gut. Haben wir Pech gehabt. Nein. Ja, stimmt. Die Zäune. Ach, nicht dein Ernst. Alles zerstört. Hey, du magst Jüge. Okay, na gut. Können ja mal schauen, ob wir irgendwas sonst anderes basteln. Wir bräuchten so. Eine schöne große Fläche. Mag Züge und Zeichnen? Oh ja, das ist doch geil. Jan-Luka, hallo. Ne, jetzt hier so. Zeichnen ist schon cool. Luca, was zeichnest du gerne? Hm, ja, das ist leider bei ihm Survival. Das geht leider nicht. Er hat dann nur Survivals, ähm. Server draus gemacht. Kein Kreativ. Aber mit spielen kannst du ja trotzdem. Matente. Das ist ja nicht schlimm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Oh, cool. Das sieht schön aus. Sehr schön. Albtroncat. Hi. Ja, klar. Ja, sehr gerne. Dann, komm drauf. Ne, musst du schon eingeben. Draufklicken geht leider nicht. Leider nein. Einfach auf den Link klicken. Den hat uns jemand zur Verfügung gestellt. Aus dem Chat. Äh. Nicht schlimm, Matente. Alles gut. Welche Version ist das? 1.20.2 Können ihr... Bock vielleicht eine Burg zu bauen oder so? Ich meine, ich bin nicht so gut in Bauen, aber... Könntest du mal testen? Hm, hm, hm. Gianluca, wenn du magst, hast gerne ein Abo, gerne auch ein Like da. Würde mich sehr freuen. Hm, hm, hm. Poppy Blater im Spielen. Ich hab das Spiel mal gesehen. Was darf suchen? Können wir auch machen. Hast du schon? Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt eben gerade oder schon länger? Die Kamera ist so viel leicht. Die Fläche ist halt so klein, ne? Gerade. Vielen, vielen Dank. I cry... Primax! Hallo. 1.20.2 ist das. Okay. Klar, kannst du gerne mitspielen. Sehr gerne, sehr gerne. Guck mal, gibst du gerade, ähm... Skibbidi Edits. Hallo, herzlich willkommen bei mir im Stream. Ähm, gibst du halt gerade bei Minecraft dann den Link ein. Cheese! Glaub ich, gell? Und dann... Kannst du gerne mitspielen. Wer bist du? Wer bist du? Nicht fragen darf. Oh, wow. Ich glaub, wir sollten hier auch... Tim, das hat schon richtig gut losgelegt. Ähm... Noch Rüstung holen. Oder wie... Wie ist die Frage gemeint? Und wer bist du? Aber spiel doch auch PS4 und... Ah, okay. Ah, Roblo! Hallo, Roblo! Aha! Roblo, lange nicht mehr gesehen. Das ist Java. Java ist das. Ein Badröck hab ich nicht. Mir wurde zwar gesagt, man kann's kostenlos spielen oder so, oder wenn man Java hat, dass man da schon sowieso freigeschaltet hat, aber... Ich hab's niemals... Ja, ist schon richtig lange her, ne? Oh. Wurde vom... Oi, erschlagen. Äh, nö, hast nix verpasst. Sophie. Alles gut. Das ist schon sehr lange her, gell? Crymax. Schon verdammt lang. Ich kann mich aber an dich noch dran erinnern. Auf jeden Fall. Ähm... Luca hier. Juhu. Na, wo ist er denn? Okay, ja gut. Klar, dass es ein bisschen ruckelt. Ist normal. Ich bin dein Freund, also Roblo ist. Ah, okay, cool. Ja, und wo ist Roblo? Roblo müsste mal wieder kommen. Ah, schade. Nein, nicht schlimm. Alles gut. Ähm... Das ist ja... Normaler Server. Du kannst ja machen, was du möchtest, Matthias. Denk ich mal. Ich denke, Zero hat da nix dagegen. Dann mal anders. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Jan-Luca. PC-Verbot und Tablet-Verbot. Was? Das geht doch gar nicht. Hey! Ich weiß gar nicht, wie ich das machen sollte. Ich brauche keinen Mod. Oder... Serverrecht hier drauf. Verdammt. Tim schreibt Koordinaten rein und ich kann die ja gar nicht sehen. Kannst du gerne machen. Kannst du gerne machen. Würde mich sehr freuen. Können da eigentlich erst mal nach unten. Ich habe eh jetzt jeden verloren. Naja, gut. Shera Daniel. Herzlich willkommen bei mir im Stream. So viel, was ist los? Hab's gemacht. Vielen, vielen Dank. Okay, alles gut. Das Blöde ist halt, ähm... Auf seinem Server haben wir noch keinen Spawn in dem Sinne. Also man wird sich nicht so einfach finden. Kommen wir erst mal hier noch ein bisschen nach Kohle. Dann schauen wir mal. Echt Mühe gegeben? Hm. Eigentlich ganz einfach. Du gibst einfach... Guck, warte. Gibst du hier Server hinzufügen. Gibst, ähm... Den Namen ein. Der oben steht. Zero. Und die Serveradresse hier. Und dann auf Fertig. Okay. Sehr gerne. Zweifach klicken. Und dann halt davor noch... Deine, ähm... Version halt abändern, ne? Auf 1.20.2. Ich kann halt nur eine Sache anpinnen, leider. Das ist halt ein bisschen schade. Aber guck mal. Cool. Das ist doch doof jetzt. Schlechteste Ecke hier. Rebex. Hi. Du baust auf dem Server? Ich würde mir jetzt erstmal ein bisschen was an... Ähm... Na. Material suchen. Aber ich denke, ich werde irgendwo oben bauen. Ist ja... Ist ja nicht meiner. Den habe ich... Ähm... Von jemand aus im Chat bin ich da drauf. Also... Einfach eine normale Survival-Welt. Aber Rebex. Herzlich willkommen bei mir im Stream. Bist du schon lange jetzt dabei? Ich habe dich zwar eben gerade gesehen. Im Spiel. Sehr cool. Ja. Habe ich schon. Aber da ich im Moment nicht so viel Zeit habe... Äh... Zweifach klickt. Es ist ein bisschen sehr ärgerlich. Shit. Weil ja, eigentlich schon. Bruder... Hat der Haken? Ja. Rebex hat Haken. Rebex. Ja, Bruder hat Haken. Sehr, sehr cool. Rebex, was machst du so für Videos, wenn ich fragen darf? Ja, bestimmt schon an die 10.000, ne? Ich weiß zwar nicht, wann man einen Haken bekommt, aber... Geh mal von aus, ne? Macken schreiben. Er hat 14.000. Wow. Heftige Sache. Na, 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 na. Oder 51. War doch nicht schlimm. Alles gut. Weißt du... Ähm... Da drüber können wir ja mal über Discord quatschen. Ah, wer... Äh... So weiter eigentlich unterstütze ich das. Colin, hi. Also, wenn du willst, über meinen Server, Discord-Server, gernst du gerne. Ein bisschen auch von deinem, ähm, Server ein bisschen mal... Also von deinem... Na, Seite. Teilen. Habe ich jeden mal angeboten auf meinem Server. Dann kannst du das gerne mal machen. Hm... Kurz, wir haben das Bräume gebaut. Ah, geil. Ja. Ja, ich weiß. Nicht wahr, Simon. Was? Oha. Minecraft. Ja. Ah, du machst nur Minecraft Repacks. Wow. Wow. Krasse Sache, Repacks. Ich... Ich... Ich fühl mich geehrt. Vielen, vielen Dank. Ah, Poneka... Wow. Guck mal an den. Alter, wow. Guck mal, was... Krasse Sache, ne? Wurde ich dir vorgeschlagen, Repacks? Oder hast du einfach mal so geschaut, was so abgeht? Wer gerade live ist, wo du mitmachen könntest, vielleicht. Gut mit Haken. Mhm. Ja, genau. Ich hatte schon ein paar mit Haken, ne? Und was... Ich habe jetzt nur ganz kurz geschaut. Was machst du sonst noch so für Minecraft Videos? Wir bräuchten noch ein paar... Sophie, wir müssen auf jeden Fall noch auf dem anderen Kanal, ähm, feine Fantasy jetzt mal die Tage fertig machen, ne? Also... Hm. Vielleicht hatte er da mal Probleme. Da, 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 da... Echt? Niem. Na, aber das weiß er ja eigentlich. Wahrscheinlich ja. Das ist jemand, der dich da nicht gemocht hat. Zu dem Zeitpunkt. Aber tatsächlich, Luca, du weißt das ja. Kannst du das auch machen. Aripacks, wenn du magst, lass gerne ein Abo, gerne noch ein Like da. Mich sehr freuen. I'm good. Okay, so. Ach so, ja, die, ähm, die, vielleicht mal die so nächsten Zeit, werde ich vielleicht auch mal, ähm, zum Europapark fahren. War jemand schon mal im Europapark, würde, oder fahrt ihr auch gerne Achterbahn? Da wart ihr generell mal in einem Freizeitpark? Ja, Startseite. Sehr cool. Na, freut mich, freut mich. Ah, ja, äh, jemand fragt gerade hier, Tim, ob du mit Bad Lion spielst. Den Client. Stimmt, das wird mir auch gesagt, das sollte ich unbedingt mal machen. Heidepark? Uuuuh. Heidepark wäre auch geil, da müsste ich auch mal hin, irgendwann mal. Ich war da noch nie. Ne, Labi-Mod. Aha. Aber ihr müsst das mit Verzögerungen schreiben, ne? Also so, äh, eins, und dann der nächste, zwei, und dann der nächste, immer nicht direkt hintereinander, und immer abwechselnd, ne? Kurz Zeit lassen. Mh, mit Shorts, cool. Das Ding ist bei mir, ich weiß nie, was ich so als Shot machen soll. Deswegen, immer mal wieder, wo ich gerade bin, da vielleicht was hochladen. Mein letztes Mal, letztes am Wochenende halt auf einer Rennstrecke. Und dann vielleicht die Tage, oder nächsten Monat oder so, geht's nochmal auf eine, auf dem Hockenheimring, äh, oder Nürburgring? Nürburgring, ja. Was mich interessieren wird. Ist ja vielleicht noch ganz cool. Solche Probleme? Ah, das glaub ich dir nicht. Achso, ja, wenn ihr, ähm, wir können ja auch gerne mal, Luca, wenn du magst, kannst du mir auch gerne mal zeichnen, oder so. Vielen, vielen Dank für das, für den Abo. Dankeschön. Dankeschön. Blöd ist es, dass man das aktuell nicht sieht. Ah doch, hier, Ripex. Ah, jetzt ist es durchgegangen. Dankeschön, Ripex. Mh, 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 mh. City Build Addons. Ah. Böses Hühnchen. Keinen Bock auf Zeichnen. Oh, schade. Ah, vielleicht mal irgendwann machst du was machen, wie das man mir auch Post schicken könnte vielleicht. Ist ja vielleicht noch ganz geil. Also, wenn da so dran Interesse steht, oder so. Okay. Was zeichnest du gerne? Okay. Augen, okay. Ja, Augen, wieso nicht? Augen sind tatsächlich auch recht, ähm, schwer, ne? Wenn man das so sieht. To know. Ah, oder? Nein. Nein, ich würde da mal nur eine gefragt haben. Aber was jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her ist, ja. Nein, ich mach da keinen nach. Nein, nein, nein. Du hast Augen zeichnen. Aber ich könnte mir vorstellen, Augen zu zeichnen, ist schwer. Würde ich jetzt mal so behaupten. Oh. Das sollte mir vielleicht noch was zum Essen mitnehmen. Hm, 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 hm. Oder nicht? Gut, Bäume zeichnen. Ja, das hab ich gesehen. Die sahen klasse aus. Nee, überhaupt nicht. Ah, Ripex hat das Spiel verlassen. Okay. Damit. Hm, hm, hm. Mm, hm. Rechnung schicken. Das könnte man machen, ja. Ne, ich würde gerne noch ein bisschen weiter abbauen. Ressourcen farmen. Niemand ist da. Echt? Ach, ist doch nicht schlimm. Ich mache trotzdem ein bisschen noch weiter. Ich kann mal zusammen ein bisschen quatschen. Steine? Echt? Erbaust du eigentlich noch deine eigenen Halloween-Figuren? Und hast du dir schon neue gebaut oder nicht? Ah, hi. Er simples. Okay. Äh, 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 äh. Ein Huhn. Aber warum gerade ein Huhn? Oh, geil. Oh je, man ist gestorben. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Das wüsste ich auch gern. Sophie, warum? Dann kriegt er einen Huhn. Äh, 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 äh. Na, dieser Ternus-Server. Bisschen am Ruckeln, ne? Da trinkt man. Äh, 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 äh. Äh, äh, ja, irgendwie. Ah, cool. Da ist jemand gestorben. Hehe. Ja. War cool. Wer weiß, wie er gestorben ist, ne? Praktisch, oder nicht? Eigentlich schon, ja. Neule. Ein Hund. Oh, schick dir ein Hund. Ein Hund. Äh, wie er ist im Game-Mode. Decke mich mit Diamanten. Hm, 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 hm. Eine Halloween-Figur. Oh ja, geil. Der ist eine gute Idee. Okay. Hey, so kann auch gut möglich sein, oder? Dass man jetzt schon Dia full hat. Full Dia. Hm, hm, hm. Eine Halloween-Party. Oh, nee, äh, äh. Ich hab keine Hunde. Ja, das stimmt. Die ist schon sehr alt. Das ist wahr. Hm. Ach so. Naja, gut. Okay. 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 Mitgehangen, mitgefangen, Luca. Hi, Bugtweed. Guten Abend. Wie geht's dir denn so? Wie läuft's streamen? Oh. Wunderschön. Ah, das ist doch sehr. Ey, Tipp. Ah, guck mal. Jetzt falten die gleich. Ich bin zwar nicht in der Nähe, aber ich hätt's mir gerne angeschaut. Gibt's grad Beef? Da, 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 da. He, he, he. Ah, Tim, hi. Was geht ab? Hm, naja, das Kupfer hier, das könnte man auch mitnehmen noch ein bisschen. Hm, da kann man ja gerne mal was bauen. Oder? Oder man? Ich bin halt an der anderen Seite. Ui, ja. Ja, mich hat er auch gefragt, aber ich hab da tatsächlich doch keine Zeit. Schaff ich gar nicht. Leider nein. Oh, du musst da Züge ansehen. Ich will mitschauen. Luca, du musst mir auch Züge schicken. Wurde von... Oh, oh. Hehe. Kürzeren gezogen. Ein Bug, Sophie. PowerDev. 65. Wer ist PowerDev? Wir sind auf Sirus seinen Server online. Buggy Bugatti. Ja, fand ich auch cool, den Name. Ja, ist so. Wieso hast du das dazu geschrieben? Luca? Ja, das ist gut. Eine YouTube-Pause machen. Wieso das denn? Wenn ich fragen darf. Ja, würde mich auch interessieren. Warum? Zu viele komische Kommentare gekriegt. Ups. Ah, deswegen. Ah, deswegen. Ah, dass das weg ist. Ah. Ja. Na ja. Hä? Hey, wieso bin ich jetzt hier? Simon, hallo. Hey, warte. Da oben? Gute Wien. Okay. Ich bin ein Hacker. Jetzt los. Hm. Ich glaube nicht. Ich habe ja gerade jemanden, der, ähm. Hi, Mirko. Macht er denn da? Ich glaube, das war eine sehr dobe Idee, den Link öffentlich zu machen, ne? Wo ist er denn jetzt? Ach, da oben ist er. Äh, Simon, wir können gerne mal auf einen anderen Server gehen. Ja, das war, glaube ich, krass. Wie ist der überhaupt, der Power-Deft? Hm. BG, herzuh. Was ist gekommen an mir im Stream? Gono? Hm. Come on, ja. Ah, warte mal kurz. Ich würde mal interessieren, wer der jetzt ist. Wer ist der denn jetzt? Der Power-Deft? Nee, Simon, ja, ja, ich habe die gelesen, ob du mitspielen kannst. Ja, kannst du, aber nicht da. Warte mal. Kannst du gerne, aber ich werde den Pin hier, den Link hier erstmal rausnehmen. Dann kannst du gerne mitspielen. Warte, warte. Hm. Da, Arma. Arma, Zero. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Na gut. Machen wir mal das so. Spielen wir zusammen mal auf einem anderen Server. Und zwar, ähm, ihr könnt gerne mal hier auf dem Advanzo-Server kommen. Da haben wir ein bisschen mehr Schutz. Ah, zwei Verpügel ist wieder da. Ja, den hat uns jemand zur Verfügung gestellt gehabt. War schade, dass da jetzt ein... IP... Zero, ich weiß nicht, was war das eben für einer? Hat noch nicht mal was geschrieben. Bei Gormel ist aber doof, da kann er nicht Meda mitspielen, gell? Simon, ich habe deine Nachricht gelesen. Achso, ist das ein Realm? Nee, nee, äh, äh. Das war ein, ähm, Atenus-Server, wo wir mit Graf waren. Nochmal? Mann, was? Nein, bitte noch... Nee, äh, äh. Ah, hast du ihn gebannt? Ja, okay, dann. Wenn du ihn gebannt hast. Weil ja nicht jeder drauf mitspielen kann. Ihr wisst ja, eigentlich möchte ich ja, dass jeder mitspielen kann. Weil das wenigstens die Möglichkeit besteht. Äh, ähm, ähm, ja. Nee, leider nicht. Warte mal. Warte, ich gebe es nochmal ein, dann könnt ihr, ähm, gucken. Ähm, 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 ähm. So, da könnt ihr nochmal auf den Server kommen. Was für ein Code? Mal gucken, er ist wieder da. Hm. Ähm. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Walter. Und herzlich willkommen bei mir im Stream. Hi, Alex. Alter, wo ist jetzt mein Kram? Ich hab da so viel Kram. Spawn TP. Ähm, ja, kann halt nur Zero da. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich hab ja da keine Rechte dran. Hm. Ähm, in my realm oder wo. Nee, musst du mal mehr Spieler machen, Simon. Mehr Spieler. Und dann gibst du bei Server, ähm, Server hinzufügen. Kannst du Zero eingeben und dann, ähm, die angepinnte, ähm, äh, Nachricht oben. Ähm, abtippen und dann eingeben und dann halt das so dann machen, wie es da steht. Hi, hey, bravo, hi. Ja. Danke, dieser Autor. Vielen, vielen Dank. Ähm, genau. Also so genau, so machen, Simon. Wie ich gesagt hatte. Und dann sollte es kein Problem sein. Na, guck mal, PowerDev ist wieder da. Wie ist der denn? Okay. 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 Oh, nein, er ist so viel. Egal. Ähm. Ja, gerne. Red mit, ähm, mit, äh, Baki da drüber. Wir haben nach dem Stream von mir noch ein bisschen... Ah, geredet. Ja. Hebramu, sehr gut. Ja, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Guck mal, die ist oben angepinnt. 0.099. Kannst du ja gleich mal fragen? Äh, wie, was meinst du mit Fragen, Hebramu? Hä, da stimmt nicht. Stopp. Also er hier, ich weiß nicht. Sieh, du, mach erstmal ihn hier raus und dann komme ich nochmal dazu. Das ist mir ein bisschen zu sehr komisch mit ihm da. Ah, ist die IP. Guck mal, die ist oben angepinnt, Simon. Aber, da aktuell muss er erstmal den einen rausbannen. Ich, ich, ich schicke den anderen. Gehen wir nochmal zum Ende hin auf Advantius und dann... Gehen wir morgen auf GOMMHT. Ich möchte morgen auch nochmal streamen und das wäre dann keine schlechte Idee. Er ist gebannt. Okay, alles gut, Simon. Äh, Zero. Danke dir. Und Alex, wie geht's dir so? Wie geht's dir so? Alles klar bei dir? Guck mal. Ja, wer ist dabei? Auf jeden Fall. Ja. Nett. Ah, nein. Shit. Oh, nein. Gehen wir da zusammen drauf. Gehen wir da nochmal zusammen zum Ende hin drauf, ja? Und dann gehen wir morgen dann auf GOMMHT nochmal. Achso, ja, Alex. Ich muss mit dir unbedingt reden, dass wir da... ...zusammen... ...äh, da jetzt was auf die Beine stellen. Müssen wir unbedingt zusammen quatschen, die Tage. Es tut mir auf jeden Fall voll leid, dass das, äh... ...in letzter Zeit... ...ich keine Zeit hatte. Mir tut mir wirklich leid. Müssen wir auf jeden Fall machen. Die Tage auf jeden Fall. ...mh, alles gut, Buggy. Sehr gerne, sehr gerne. Ein Bug? Aber das ist doch ein cooler Name. Also, cooler Bug gewesen. Äh, auch ziemlich zeitlich eng. Ja, ich sag dir, das ist schlimm. Ganz schlimm, ganz schlimm. Mein Gesicht sagt... Nein, Buggy. Lösch mich. Nein, ich lösche dich nicht. Aber wie... Buggy, wie kam es dazu, ähm... ...mit diesem Bug? Das würde mich mal interessieren. Wie kam es dazu? Erzähl mal. Mich mal interessieren. Wer denn? Oh Gott. Oh mein Gott. Kitterne. Ah, schade. Hm, okay. Aber war das bei dir mit einem Stream, der Bug? Oder, ähm... Wo, wo war der Bug? Im Stream, oder wie? Bist drin, ne? Cool, Simon. Dann drückst du einfach auf den, ähm... Kompass. Ah, da bist du wieder, Walter. Sehr cool. Einfach unten auf den Kompass drücken. Und dann, ähm... Gehst du unten auf das Schwert. Und dann kannst du mitzocken. Oh, shit. Scheiße. Ah, schade. Ah, der war am Streamen. Okay. Aber Sophie, nicht den armen Buggy... Äh, Buggy der Ergern. Entschuldigung. Fand ich auch schon damit an. Nicht den armen Buggy der Ergern. Nee, nee. In-Game war der. Ah, in-Game. Okay. Und wie, wie kam es zu den, zu den Lied, ähm... Äh, wo jemand davon gemacht hat? Ach, oha. Aua. Jaja, ähm... Alex, ähm... Faktoriet wurde dazu dann ein Lied gemacht. Irgendwie da raus. Also wollte zu jemand machen. Wo, ähm... Das alles ein bisschen drinnen vorkam. Der eine Bug und so. Und so weiter und so fort. Äh, eigentlich aber eins. Ja, okay. Oh, shit. Oh, Gott. Na, okay. Jetzt komm ich nicht mehr an den Rand. Schade. Ach so, ja, ähm... Ach so. Alex, du kannst dir mal... Und du kannst es dir selbst anschauen. Einfach den AT-Lounger über Internet runterladen. Den AT-Lounger. Der ist kostenlos. Und dann, ähm... Im AT-Lounger... Ähm... Gehst du, glaube ich... War das... Technik... Ja, verdammt. AT-Lounger, ja. Wird ein bisschen anders geschrieben. Gehst du auf FFA drauf. Das allererste. Simon. Einfach auf FFA. Und dann kannst du... Mit jedem hier auf dem Server fighten. Wie du magst halt. Einfach auf FFA drücken. Simon. Ja, geil. Oh, 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 oh. Ah, nein. Ah. Ich... Junge, ich bin viel zu schlecht. Gefunden. Stark. Den installierst du dir dann. Und da hast du eine riesengroße Auswahl an Games. Von Minecraft. Also verschiedene Mods. Unter anderem... Auch noch andere Launcher in diesen AT-Lounger. Und... Da musst du mal gucken. Ich glaube, das war der Technik-Lounger. Wo ich das gefunden habe. Das ist Herr der Ringe. Und dann... Einfach installieren. Das ist eigentlich voll einfach gemacht. Technik-Lounger. Genau. Und dann guck da mal nach am LOT. Da gibt es auch einen Server. Den kannst du beitreten. Aber... Ähm... Wenn würde ich sagen, wir machen dann lieber das Modpack an sich. Das ist halt dann nicht so Herr der Ringe angehaucht, wie es sein sollte. Aber die Moddatum ist drin. Vielen, vielen Dank für den Abo. Vielen, vielen Dank fürs Abo. Ich bin... Hier oben. Hier steht man ja. Und man muss einfach da runter springen. Bad Wars können wir auch gleich noch machen. Zum Ende hin. Ja, Sophie, die ärgert dich gerne. Hallo. Sehr gerne. Ah, das bist du. Ja, cool, Simon. Muss jetzt hier runter springen, ne? Hier runter. Da oben geht nicht. Oh Gott. Ach, Ackelkampf. Doch, verdammt. Aber Sophie nicht ärgern. Ärger ihn nicht. Bad Wars? Ja, gleich, gleich, gleich. Ach, schade. Ist nur Spaß. Ja, aber man muss... Du darfst dann das nicht übertreiben. Nein. Nein. Sophie kriegt kein Timeout. Die kriegt noch die... Irgendwann die Tage, Wochen... ... noch was anderes von mir. Du hast mich? Warte. Ja, er ist tot. Den Classic Launcher... Ja, darüber gab es doch, glaube ich, mal... ... ähm... ... früher mal Hexit. Jetzt gibt es Ärger. Niemals, Dio. Hm, nee. Nein, nein. Die arme Sophie wird nicht gebannt. Auch wenn es Spaß ist, was du meinst. Äh... Der, wo ist der? Ich weiß noch, was ist mit ihm? Kommst du her? Ach, schade. Ja, genau. Nur leider wurde es runtergenommen. Und ich weiß nicht, warum. Hm? Ich glaube, du kannst es dir denken, Sophie. State MC? Was ist State MC? Nein, ähm... Ich wollte vielleicht mit ihm zusammen... ... Herr der Ringe zocken. Auf... In Minecraft. Es gibt da extra eine Mod zu. Und, ähm... Und da kann man dann bestimmt einiges zu machen. Oh, ja. Traumhaft. Ne? Sehe ich auch so. Ah, ja. Genau. Ach so. Ja, wir können dann doch gleich mal hier... ... ähm... ... nach einmal... ... sterben. Für die Allgemeinheit. Oh Gott. Da bestimmt weißt du das. Bestimmt weißt du das. Aber wir müssen halt noch ein bisschen warten. Aber du kriegst es auf jeden Fall. Ah ja. Klappt. Überleg mal so viel. Zweiter Kon und so. Nein. Nein. Oh, jetzt geht es heute ab. Das glaube ich nicht. Nein. 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 Oh, verdammt. Okay. Neh, mal zurück. Genau. M-m-m-m. Millie hat abonniert Millie, vielen Dank Gerade auch Mallow macht Urlaub, Alice Man kennt's, ne? Aber guck mal, die haben das umgeändert Guck mal, Bactree, die haben das hier umgeändert Siehst du das hier? Das ist einfach Badwars Nicht anders Zufall zum Denken Auf dem zweiten Account weißt du das Das ist zwölf Kills, alter, wow Ja, das ist mal, das ist mal eine Hausnummer Ist einfach klickt Und ich so, na, ich geh mal drauf Badwars bin ich reingegangen, Simon Tut mir leid Also nächste Runde kommst du dann auch dazu Badwars Und dann, ähm Ja, du kannst ruhig mal gucken auf dem Server Da gibt's so viele Auswahl Ah, hi Gute wie Alex War stark Oh Einfach drauf los Let's go Bauen, 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 bauen Und natürlich fighten Ich bin, ähm, Badwars reingegangen auf dem Server Ah, Alex ist schon drüben Syntex, hi Ah, warte da Müsst du die Tage sehen Was ich meine Oh Gott Na toll Jetzt sind wir tot Heute drei Wochen Ferien Oh, so ist gut Ich will auch Troll Syntex, wie geht's dir denn so? Alles klar bei dir Shit, was geht gar nicht Ich meine, wir sind eh tot Was soll's Können wir eigentlich auch mal hier Ja, voll geil Sehr, sehr cool Freut mich, freut mich Oh, was soll's Mhm Sehr gerne, sehr gerne Hä Wow Hab nichts gemacht Hab trotzdem gewonnen Das ist cool Hier war aktuell in Hessen Oh In Nähe von Wiesbaden Äh, Java ist aus Syntex Java, Java Kein Problem, Syro Alles gut Ich geh auch bald auf Hä, hallo Spielst du jetzt VR? Was zockst du jetzt denn, Syro? Guck mal Ähm Könnten auch Trio machen Oder Quatz Quatz Ja, kannst du Kannst du Tag an VR, warum? Äh, ich kann Ah, geil VR, nicht schlecht Ja, guck mal Ja, guck mal Gehst du einfach hier Amc.advances.net So wie ich's oben angepinnt habe Und dann, ähm Kannst du dann Dir aussuchen, was du halt gerne spielen möchtest Auf dem Server Syntex Und da halt Und dann, nach anderem auch Bad Wars Was du halt gerne zockst Oder so Dropper Maps Die müssten auf jeden Fall Mal mehr da machen Fisch, Hummer, Katzenfische Oh, geil Aha Hm, die brutzeln jetzt durch Voll cool Kann man das Bett nicht davon auch abbauen Dass das ein bisschen Näher bei uns sieht Ach, schade Das geht nicht Aber, ähm Bugtweet, wie war das Projekt, das du hattest War das geil Oder sagst du Sagst du, das ist eher uncool Gewesen Deine Meinung Ja, wär's eigentlich geil Aber, ja Hast du recht Hätte man's ein bisschen Weiter reinsetzen können Cool wär's auf jeden Fall gewesen Ich brauch noch ein paar Goldsachen Der Alex muss sich auf jeden Fall Hier am Rüstung noch holen Brauch das auf jeden Fall Das ist so viel Eisen Eigentlich brauch ich gar nicht so viel Ah doch Warte mal Das nehmen wir Glas Endstone Endstone Wär doch vielleicht ganz geil Aber für, ähm Wobbly Life Da musst du das kaufen, oder? Und wenn ja Wie viel kostet Wobbly Life? Ja, und kommt dann auch immer wieder mehr dazu Oder bleibt es dabei Weil sonst spielst du ja irgendwann Wobbly Life durch, oder nicht? Schon wieder Schon wieder Wow Auch gut Komm immer Updates Ah, das ist doch nicht schlecht Ist nicht schlecht Das ist nicht schlecht Ich wollte eigentlich jetzt mal so lange von losgehen Aber Wenn sie gestorben sind 12 Euro Das ist geil Könnte mal schauen, ja Aber dann würde ich das nicht über den Account hier streamen, ne? Also über meinen anderen Kanal dann Aber erstmal kommen noch andere Sachen Also erstmal mach ich meine aktuellen Spiele fertig Die ich habe Ähm Trios? Ja, können wir auch machen, ne? Aber warte mal Dude Ja, wir waren in Trio Guck hier Ein altes Diebskin Ja, stimmt Hat einen coolen Skin Ah, Syntex Wow Geht auch sehr geil aus, ne? Hat was Ein altes Diebskin Legende Guck mal hier Die hochgekremelten Arme Äh, Ärmel Nur noch Alex Alex läuft da hinten rum Guck mal Das ist Alex Da Da Bayer Official Er macht auch eigene Musikvideos Ey, hier Sehr aus Okay Hat sich auf jeden Fall Super an Ha, ha, ha Da, 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 da Da Verdammt Noch zu wenig Ich Braucht noch ein Eisenschwert Kommt da nix Ah, jetzt Hier ist das Oh, wir sind rausgeworfen worden Shit Sorry, Leute Deshalb macht, glaube ich, da gerade ein Update Warum machen wir das denn immer mal wieder? Das ist doch blöd Highlights und Steve Ja, ich, äh Kannst du sogar auch noch spielen? Sophie Tatsächlich ja Das geht Kann man ja jetzt noch mal reingehen? An Gucken Was jetzt noch mal geht Da Warum wurde ich rausgeworfen? Du meinst Den hier Den Scan, ja? Du witzig Hm Also ich glaube Der hat eben gerade sich Resettet Der Server Denk ich Ich bin auf jeden Fall rausgeflogen dadurch Der Trio 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 bin ich nochmal reingegangen In seinen Ticks Das ist doch echt blöd Ja gut Na Hi Ich würde sagen Machen wir noch eine Runde Dann mache ich aus Und dann bin ich morgen wieder am Start Ist auch rausgeflogen Einfach wieder neu reingehen In das Spiel Diehst du schnell auf den Kompass Unten auf das Bett Und dann Bei den 11 Sekunden Startet die Runde Hm, hm Was denn Sophie? Soll ich dir ein anderes Kopfkino geben Oder wie? Oh geil Danke Ähm Oh War nichts gebracht Nein Okay Aber was hast du denn für eine Bitte? Hm, hm, hm Syntax bist du doch ganz am Anfang Rausgekickt Ja, das ist blöd Ab und zu macht er Server das Ich weiß aber noch nicht warum Aber Ich glaube der resettet sich immer mal wieder Aber dann einfach wieder neu reingehen In das Spiel Und dann geht's Ist eigentlich die Musik im Hintergrund In Ordnung Oder ist das zu langweilig? Weil dann würde ich im nächsten Stream Halt was anderes anmachen Mhm Ja Ist in Ordnung Ah, das freut mich Bis bald Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend Und viel Spaß Morgen Beim Streamen oder so Streamst du morgen, Bugtruid? Schönes Kopfkino Oh Gott Da ist ja einer Tschöö Bugtruid Ach Gott Unser Bett wurde wieder abgebaut Oh, Mist Google Nacht Google Nacht Ach shit Da kommen wir mit IAS Nee Und so viel haben wir gar nicht Ja, eigentlich ist es jetzt auch egal Wenn wir jetzt drauf gehen, drinnen wir drauf Da kann man jetzt auch los gehen Hä? Bis bald, Bugtruid Nein, spitzen Namen Wie heißt der? Oder wie lautet der? Nein 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 Oh, schade Hat er mich noch gekriegt So Räum, Mist Schade, schade Nicht schlecht, nicht schlecht Hallo, Sittix Okay Ich geh mal aber raus hier Ja GG Auf jeden Fall War ne coole Runde Stark, stark, stark Aber er ist geil Mit euch meinen Kopf zu zocken Das macht Spaß Auf jeden Fall Auf den Server hab ich Bock Mit euch Wir müssen halt nur gucken Dass wir den schön sicher machen Oder? Hat er alles gemacht Ja, ähm Können wir noch ein paar Minuten Quatschen zusammen Und dann mach ich's dann aus Snake spielen? Hm Bitte Äh, ja Aber was kriegt man das nochmal? Mir wurde das mal gesagt Das muss ich dann nochmal eingeben Bis bald, Sintix Ah Google Doodle 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 Hörst du dich auch so spielen? Ah, Snake Google Okay Wie ist das denn? Das hab ich eben grad per Zufall gefunden Das hab ich eben grad per Zufall gefunden Hä, lol Kannst du gerne machen Sehr gerne Ah, ja Snake ist cool Guck mal Sao Paolo Ich hab das eben per Zufall Eingefunden Auch interessant Nein Nein Oh shit Nochmal Ja, mal Tokio nehmen Ist aber auch schon schwer Das ist Was ist los Zufallverklick Achso Aber ich find das auch cool Google Map Snake Das meintest du Ähm Da Verdammt Nein Ich trau mich nicht Das gibt's doch nicht Nein Ah shit Fast Ich trau mich nicht Zufallverklick Was hast du für einen Rekord Da gehabt Da schon Ich trau mich nicht Ich trau mich nicht Ach verdammt Ich hab mir nicht aufgepasst Emma Nichts Ist Ach stimmt, man darf ja nicht mehr so ein... Ach, okay. Man darf es noch nicht mal sein Ende berühren. Nein! 39! Alter, 39 ist schon echt viel. Wie schnell hast du da reagiert? First try. Um sie zu unterstützen? Mhm. Und wie heißt sie, Sophie? Wie heißt ihr Kanal? Einer wird noch... Ja, ich mach noch einmal. Ich liebe blau. Ja, okay. Ja. Herr war... Sie hat 182 Abonnenten, oder? Minigames? Äh, wo? Wo gibt's Minigames? Ja, wieso nicht? Ich lass mal ein Abo da und dann kann man sie gerne mal unterstützen. Wieso nicht? Gerne. Ja, kannst du. Aber das werde ich dann heute nicht mehr schaffen, ne? Können wir gerne morgen gucken. Oh Gott, nein! Nee, musst du über Discord machen. Ja, geht so nicht. Einfach in den Chat rein, also Hauptseite. Ah, shit. So früh abgehört. Freundschaftsanfragen? Ja. Ja. Nehm ich an. Aber dass ich auch dem mal direkt drauf antworte, geht nicht immer, ne? Ah. Einmal. Jetzt so rüber. Gott. Nein. Zu früh. Wow. Okay, das ist echt gut. Das ist nicht verkehrt. Okay, aber ich mach dann jetzt mal einfach Schluss. Dann schick mir einfach eine Anfrage, dann kannst du dich mir da schicken. Äh. Ja, gute Nacht dann. Ich wünsche euch auch eine sehr gute Nacht und schlaft gut und bis morgen dann, ne? Ciao, ciao! Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.